Willkommen zum Programm des Oder Spree Fernsehs, liebe Zuschauer. Gleich gibt es die Meldungen des Tages, aber auch noch unsere Wiederholung vom Stammtisch vom vergangenen Freitag. Also die Themen, die in der Region so mit zwinkernden Auge aufgenommen werden, da gibt es ja wieder unsere TV-Lokalsendung. Also schauen Sie da mal rein. Aber wir haben, bevor es die aktuellen Meldungen des Tages gibt, noch diese Hinweise. Denn in Eisenhüttenstadt gibt es am Mittwoch die letzte SVV-Stadtfondsversammlung in diesem Jahr. Es gibt, und das ist durchaus sehr interessant, einen Grundsatzbeschluss für das Stadtfest in Eisenhüttenstadt für 2023, also für das kommende Jahr. Schauen wir mal, ob es denn tatsächlich ein Stadtfest geben wird. Dann wird das Thema Gesundheitscampus diskutiert werden. Da geht es auch nicht so richtig vorwärts. Warum? Das möchte man sicherlich erörtern. Und dann gibt es noch das Thema Sportstättenkonzept in Eisenhüttenstadt. Das gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Und da möchte man auch noch mal Druck machen. Denn Eisenhüttenstadt hat sehr viele Sportstätten und die müssen ja irgendwie auch genutzt werden. Zudem gibt es dann noch eine Wahl von Schiedspersonen. Also durchaus interessante Themen. Und dazu laden wir oder kommt dann auch der Stadtverordneten Vorsitzende Wolfgang Perske ins Studium. Da werden wir dann noch mal diese Themen ja intensiver dann behandeln und wie sie dann auch entschieden wurden. Noch ein Hinweis und zwar für den Bahnhofsvorplatz. Denn da gibt es wieder den Fahrstuhl. Der ist wieder nutzbar. Also für alle, die eine Behinderung haben und auf dem Fahrstuhl oder den Lift beim Bahnhof angewiesen sind, auf der Westseite. Also da ist wieder möglich, diesen zu nutzen. Und am 15. Mai gegen 11 Uhr betrat ein unbekannter Mann oder unbekannte Männer ein Blumengeschäft in der Friedrich-Engel-Straße in Eisenhüttenstadt und wollte Bargeld und hielt dort einen pistolenähnlichen Gegenstand der Verkäuferin entgegen. Und da gibt es leider immer noch keinen richtigen Fortschritt, denn die Polizei sucht jetzt immer noch nach diesen Männern. Aber es gibt ein Phantombild eines Täters und das Ganze wird jetzt auch in den regionalen, in den lokalen Nachrichten, in den Meldungen des Tages zu hören sein und vor allem zu sehen sein.